Hi! Na wie geht's euch? Hi! Herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von... Hardcore COD Advanced Warfare Ja, wieder Muscat! Muscat, ja! Die Werbehute ist auch noch da! Oder die Wanderschlampe! Also jetzt müssten wir eigentlich klatschen, aber... Wo kommt der auf einmal her? Wieso? Wieso ist der schon da? Ja, aber wieso ist der schon da? Keine Ahnung! Ach, wieder ein Musch! Ja, hast du gerade gesagt, aber das ist nicht so... Ich hab Zubehör... Ja, Marco... Das interessiert glaube ich... Du hast 0,5 Zuschauer... Ähm, da... Der halbe bisschen schluss... Ja, 0,5... Also, schreibt mal Kommentare dazu... Wie... Was schätzt ihr... Wie viele Zuschauer hat er? Ja... Das will ich gerne mal wissen... Das wäre so interessant... Gut... Ich hab vorher gerade mich entschuldigt, weil ich mir zugehört habe... Aber... Jetzt kannst du die Entschuldigung wieder zurücknehmen... Weil... Er hat auch nichts zu... Ja... Ich hab wieder meine geile Wahl... Ich rede rein, rein Räder... Ich bin der böse Rein Räder... Nein, Rein Räder... Der Räder komm rein... Rein Rassig... Ampahheld, man... The Hero of the Ampah... Ähm... Das interessiert so viele Menschen... Schreibt kurz... What the fuck... Schreibt einfach mal in die Kommentare... Wen es interessiert... Dass... Dass er jetzt aufs Klo wählt... Genau jetzt... Ihr sollt so viele Kommentare steigen... Dann platzt euer Gehirn... Also, wir ziehen das jetzt durch... Innerhalb von... Dass ihr innerhalb von drei Videos... Keine Haus mehr habt... Ey... Wir müssen schnell die Tür zu schließen... Sonst... Sonst... Kommt der wieder... Ja... Aber ich hab den Schlüssel dafür nicht... Ich hab nur den Schlüssel für die andere Tür... Die drängt uns nichts... Ja... Ja... Man müsste dafür wissen... Ich hab zwei Türen in meinem Zimmer... Die eine... Die eine fällt nach raus... Normalerweise müssen wir hochgehen... Die den Schlüssel einsperren... Ja... Ich hab den noch bestätigt... Und ihr könnt uns in den Kommentare... Und dann schreiten... Wie lange wir ihn da wieder einsperren sollen... Ja... Ihr sagt dann einfach... Also ihr schreibt dann einfach... Jetzt... Wenn wir ihn rauslassen sollen... Am besten so also... Schreibt einfach gar keinen Kommentar dazu... Das ist die Feste... Ja genau... Aber ich glaub du sollst das nicht mehr so laut reden... Weil es will ja immer noch jemand laufen... Wer ist denn das? Ähm... Nein... Nein... Leergeschossen... Weil die müssen... Ja... Deswegen... Ja... Ja... Ich bin froh... Ja, stimmt... Falls es dir aufgefallen ist... Ich nur hol deine Münze... Okay... Knack von dir... Hey... Ich hab mal nur die glattischen Münze... Geil... 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 Ich denk mir so... Oh geil! Ich denk mir dann... Geil... 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 Ich bin tot... Oh geil... Geil... Ich weiß schon, dass man in Harkorn immer schnell stirbt. Oh man, das kann. Das ist der Weihnachtsfeuer. Okay, jetzt. Kann ich ihn nicht anvisieren? Oh, ich dachte, ich habe ihn anvisiert. Okay, ich hatte jetzt noch was für die Kommentare. Und ihr müsst schreiben, was die Antwort ist. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Also, ich wiederhole es nochmal, damit ich auch weiß, dass ihr es ganz genau aufgepasst habt. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Boomerang? Ihr wisst, was ein Boomerang ist, hoffe ich mal. Weil sonst habt ihr eure Kinder verpasst. Das ist ein Boomerang. Ich hatte auch keine Kinder. Scheiße. Oh nein. Oh Gott. Yeah, Baby. Oh scheiße, geil. Okay. Ich bin hier drin, Freaky. Und ich bin hier drin. Ja. Freaky Boy da. Ich bin hier drin. Freaky Boy. Freaky Boy. Wahrscheinlich gibt es da noch was wirklich. Ich hoffe. Dann haben wir Freaky Boy einem gefallen getan. Freaky Boy, wenn du dieses Video siehst, falls es nicht gibt. Schreibt es in die Kommentare. Also wir machen nicht viel mit Tausendern. Wir wollen ein bisschen mit euch interagieren, weil sonst sind wir so allein. Wir brauchen auch Freunde. Okay, ich hab keine. Nicht sehr viele. So, ey. Tausende. So einen Tausender, ey. Jetzt hängen da schon zwei Abseiten von mir in der gleichen Stelle in der Luft. Du bist auch gut gestorben. Dein Kopf voll an Tee nochmal. Da stellst du aus, wenn du sonst. Ach, fack dir. Oh, jetzt hat sich fast ein T-Mate erschossen. Hey, das bist doch du. Warum hast du mich erschossen? Du hast doch gesehen, dass ich es war. Keine Ahnung, was ich war. Ich fand's gut lustig. Was? Nein, ich hab ihn noch mit dem Leiter. Oh, halt, das war ne Fahne und kein Ding. Ich dachte, das ist ne Marke. Ich unterhalte mich hier gerade total und vergesse halt das Zocken dabei. Ich laufe halt einfach rum. Oh, Mist, nein. Mit wem hast du dich persönlich mit mir? Ey. Leer Personalpronomen, Alter. Das war grad der richtige. Mann, ich hab das auch gar zu fahr. Ich bin dran. Alles gelaufen. Warum sammle ich dich auf? Oh, ich bleibbern nicht. Ich auch, schüsse ich brauche noch noch Kills mit meinem leads. Dieser verbrennt wirklich? Alright, die Buzzer. Wer dürfte noch kaputt? Zое nach unten? Ja. Bitch. Das war's bestens. Yet. Bug, schw timming. Get out of my way. Oh maaaan. Ok, direkt mit meinemem Nuk till den ich nicht killen wollte. ah jetzt weiß ich wo die gegner herkommen das ist schon mal ein vorteil von dem spawn freundlich ich weiß nicht ob ich mit absoluten ich wollte eigentlich die kohle jetzt gilt mich auch noch keiner vor meinem eigenen Team Wieso habe ich das gemacht? schreibt uns in die kommentare warum wir verloren haben weil er so laut redet kommentar genau deswegen war nicht lieb ich mag das irgendwie so nah ins mikro zu gehen das keine ahnung ich mag das naja das war's dann wieder für diese folge setzt euch an irgendeine ecke lasst euch nicht abschießen ja schaut noch mal bei heng solo vorbei weil wir machen auch da zurzeit let's play von mad max dass wir schön mit dem reinschauen würde und ich hoffe es gefällt euch ihr könnt ihr dann noch mal in den kommentaren schreiben dass das von uns kommt also jetzt hier was wir reden und so das ist jetzt vom camperball kommt und ich bin auch dabei aber auch nur bei sachen was hängt und barney zusammen machen naja ich hoffe es gefällt euch und ja von mir bestes jetzt hast du noch was zu sagen also